Hallo liebe Puppensammler, das ist mein neues Puppenkind, Crystal. Crystal hat den gleichen Körper wie Emily, eine Vollkörpermodellierung aus Hartvinyl mit elf Gelenken, mit Gelenken in den Knien und in den Ellbogen und auch in den Handgelenken. Crystal trägt ein sehr romantisches, wunderhübsches Kleid in rosa mit weiß bedruckten Herzen. Der Rock ist ganz weit geschnitten und er ist auf der Vorderseite kürzer als auf der Rückseite. Crystal hat hübsche, weiße Schuhe an, mit weißen Schleifen darauf, weiße Armbändchen und weiße Schleifen in den Haaren. Die Perücke ist ganz wunderschön, mit langen, blonden, sehr weichen, leicht gelockten Haaren, seitig glänzend, die Augen sind ganz groß, grau-grün, man bekommt die Kleine auch mit braunen Haaren und blauen Augen. Crystal hat ein sehr hübsches Gesicht, mit einem leichten Lächeln um die Lippen und ich bin mir sicher, dass sie sich in diese Maus wieder ganz schnell verlieben werden. Tschüss! ... ...